Mit dem Angriff der Hamas auf Israel begann am 7. Oktober 2023 der nächste Nahostkrieg, der zunächst über 1.100 Tote in Israel, überwiegend Zivilisten forderte. Über 200 Israelis wurden anschließend in den Gazastreifen verschleppt. Mit den als Geiseln Verstorbenen hat die Todeszahl die 1.200 überschritten. Seither kämpft Israel gegen die Hamas, aber auch gegen den Iran und sein Netzwerk aus Milizen im Nahen Osten. Es hat dabei spektakuläre Erfolge erzielt, sieht sich aber auch massiver Kritik ausgesetzt. Dazu gab es bereits zwei massiver iranische Angriffe auf Israel mit Raketen. Wie aber will Israel diesen Krieg gewinnen? In diesem Teil der Serie über Israels Kriege seit dem 7. Oktober 2023 wollen wir auf Israels Siegesplan in Gaza eingehen. Als am 7. Oktober der Raketenhagel begann, der den größten Massenmord an Juden seit dem Holocaust einleiten sollte, wurde Israel völlig überrascht. Die Truppen an der Grenze waren zu schwach. Geheimdienst und Militär hatten auf Anzeichen des unmittelbar bevorstehenden Angriffs nicht adäquat reagiert. Warnungen hätte es jedoch mehr als genug gegeben. Der Militärgeheimdienst Amman hatte den Premierminister Benjamin Netanyahu vier separate Warnungen zwischen März und Juli 2023 geschickt. Zwei davon waren Briefe des Chefs der Forschungsabteilung, Brigadegeneral Amit Saar. In mindestens einem der Briefe war explizit vor einer Eskalation in den Palästinensergebieten unter Beteiligung der Hamas gewarnt worden. Auch der Chef des Geheimdienstes Shin Bet, Ronen Bar, warnte Netanyahu explizit im Juli 2023, dass Krieg kommt. Explizit wurde davor gewarnt, dass die Achse des Widerstands, also das um den Iran organisierte Bündnis aus Hamas, Hezbollah, Houthis und anderen Milizen, Israel wegen seiner internen Differenzen um die Justizreform als geschwächt ansehen. Die Achse des Widerstands würde wegen der als geschwächt wahrgenommenen Israelis zu einem Angriff angeregt werden, so der Geheimdienstchef. Benjamin Netanyahu betont hingegen, es habe nie eine explizite Warnung zu Gaza gegeben und die Geheimdienste hätten die Anzeichen für einen bevorstehenden Angriff nicht weitergemeldet. Wie Israel operativ überrascht wurde, habe ich in einem anderen Video analysiert, das Sie hier finden. In der Tat gab es in den Stunden vor dem Angriff zwei Sitzungen hochrangiger Militärs- und Geheimdienstmitarbeiter, bei denen Anzeichen eines unmittelbar bevorstehenden Angriffs erkannt und diskutiert wurden. Doch auf das Ausrufen einer allgemeinen Warnung wurde verzichtet. Diesem taktischen Versäumnis ging allerdings ein operatives Voran. Israels Geheimdienste wussten von den Plänen der Hamas seit über einem Jahr. Sie hatten jedoch das Militär nicht darüber informiert. Folglich wusste das zuständige Kommando des IDF weder von der tatsächlichen Bedrohung, noch passte es seine Planungen den wirklichen Anforderungen entsprechend an. Die Sicherheit zum Gazastreifen war weiterhin nur für kleine Raids adäquat. Eine Vorbereitung auf einen Massenansturm bestand weder von Seiten des Personals noch von Seiten der Infrastruktur. Auch strategisch hatte Israel versagt. In Israel glaubte man, die Hamas sei zu einer Detente bereit und stelle sich weitgehend mit der Regierung des Gazastreifens zufrieden. Von israelischer Seite hatte man dies durch die Ermöglichung von katarischen Zahlungen an die Hamas unterstützt, um die Hamas so als Gegengewicht zur Vertacht zu erhalten, was eine Zwei-Staaten-Lösung verunmöglicht, die nicht den Wünschen der aktuellen Regierung entspricht. Auch war man von israelischer Seite effektiv auf die Hamas zugegangen, indem man eine Vielzahl an neuen Arbeitswesen an Bewohner des Gazastreifens erteilt hatte, was Wohlstand in den Streifen spülen und die Bevölkerung unter der Hamas-Regierung zufriedenstellen sollte. Die Hamas wurde als zunehmend satt verstanden. Gelegentlich wären Scharmützel zu erwarten, mit denen die Hamas ihre Rechtfertigung als Widerstandsbewegung aufrechterhalten würde. Aber ein Großangriff, eine Generaloffensive in Richtung Israel, die eine extreme israelische Vergeltung nach sich ziehen würde, wurde ausgeschlossen. Die Hamas-Nomenklatur sei viel zu zufrieden in ihren Willen und ihrem Wohlstand, um das ernsthaft zu riskieren. Viel größer wurde die Bedrohung aus dem Libanon verstanden, wo die Hezbollah ein gewaltiges Raketenarsenal aufgebaut hatte, bei dem sich die Schätzungen überschlagen. Mindestens 130.000 Raketen schienen jedoch sicher zu sein. Andere Schätzungen gehen auch auf bis zu 250.000 Raketen hoch. Zehntausende Kämpfer, gut ausgebildet und in Syrien Kampf erfahren, würden im Norden auf eine Konfrontation mit Israel warten. Dies schien die wirkliche Bedrohung zu sein. Zu dem Konflikt mit der Hezbollah wird es hier in einigen Tagen ein weiteres Video geben. Also abonnieren Sie den Kanal und klicken Sie die Glocke, damit Sie dies nicht verpassen. Doch auch wenn die Bedrohung aus Gaza von den israelischen Geheimdiensten verkannt wurde, spielte Netanyahu die generelle Bedrohungslage, die von Amman und Shin Betz sehr wohl so erkannt und bewertet wurde, öffentlich herunter. Natürlich, wenn Israel wegen seiner innenpolitischen Vorhaben schwer bedroht würde, würde es ja auf ihn zurückfallen. Außerdem schienen die Warnungen der Geheimdienste wie eine Hilfe für die Opposition, da die innenpolitischen Reformbemühungen Netanyahus ja das Land destabilisieren und damit die Gefahrenlage erhöhten. Warnungen des Geheimdienstes hätten also Netanyahu stoppen können, weshalb sie auch politisch wirkten. Vielleicht hatten die Geheimdienste ja übertrieben, um ihn zu behindern. Gleichzeitig war es seine Strategie, eine Hamas-Herrschaft über Gaza zu akzeptieren, sie aber mittels erfolgreicher Abschreckung von Angriffen abzuhalten. Dies wurde unter anderem durch den Amman unterstützt, dessen Direktor im Frühjahr 2023 noch sagte, die Hamas sei wegen der Kämpfe 2021 für fünf Jahre abgeschreckt. Am 7. Oktober überquerten dann mindestens 3000 Terroristen den Grenzzaun an 119 Stellen. Sie verschleppten über 200 Menschen und töteten insgesamt fast 1200, teils mit bestialischer Grausamkeit. Stolz streamten sie ihre Taten live oder verteilten die Videos der Taten im Internet. Fahrzeuge mit Geiseln oder Leichen, die in den Gazastreifen zurückkehrten, wurden von einer jubelnden Menschenmenge empfangen, die Leichen und Geiseln weiter misshandelte. Nachdem die israelischen Streitkräfte die letzten Terroristen im Land zurückgedrängt oder neutralisiert hatten, begann der Einmarsch, der bis heute anhält. Israel hat inzwischen schwerste Verluste unter der Hamas angerichtet. In Khan Yunis ist die Hamas militärisch besiegt. Ihr Kommandeur schrieb schon im Juli, dass man bereits 90 bis 95 Prozent der eigenen Raketen verloren habe. Auch 60 Prozent der Infanteriewaffen, 70 Prozent der Panzerabwehr seien verloren gegangen. Dazu hat der lokale Kommandeur schon damals berichtet, dass über 50 Prozent seiner Kämpfe ausgeschaltet seien und er nur noch über etwa 25 Prozent seiner Kräfte verfüge. Gleichzeitig würde die Zivilbevölkerung die Hamas nicht mehr tolerieren. Auch wenn dies ein Extremfall sein mag, so ist die Situation in anderen Kommandobezirken der Hamas nicht fundamental anders. Auch die Brigade in Rafah hat schwere Verluste erlitten. Der Zustand der restlichen drei Hamas-Brigaden ist nicht bekannt, dürfte aber nicht wesentlich davon abweichen. Lediglich die zentrale Brigade ist vermutlich noch halbwegs intakt, da Israel bis heute eben nicht jenen Teil des Gazastreifens seit Beginn der Kampfhandlungen erreicht hat und somit einzelne Bereiche nur aus der Luft angegriffen wurden, ohne dass israelische Soldaten vor Ort waren. Israel hat der Hamas schwerste Verluste angerichtet und wesentliche Teile ihrer Waffen und Infrastruktur zerstört. Das Tunnelsystem wurde in vielen Teilen Gazas entdeckt und durch Israel zerstört, was die Kommunikation der Hamas-Zellen untereinander, ihre Ruhe- und Lagerräume, aber auch ihre Möglichkeit, sich israelischer Entdeckung zu entziehen, verringert hat. Zahlreiche Kommandeure sind ebenso gefallen, was die überlebenden Hamas-Kämpfer, immer schlechter ausgerüstete kleine Zellen mit sinkender Moral werden lässt. Die Angriffe auf israelische Truppen im Gazastreifen gehen folglich auch kontinuierlich zurück. Die Fähigkeit, Raketen zu schießen, ist von einer vierstelligen Zahl am Tag auf ein bis zwei Dutzend täglich gesunken und immer wieder war die Hamas inzwischen auch nicht mehr in der Lage, ihre Geiseln zuverlässig zu bewachen, was die Befreiung einiger glücklicher und das Auffinden der sterblichen Überreste der Unglücklichen belegt. Während Israel also in der Lage war, die militärischen Fähigkeiten der Hamas im Gazastreifen drastisch zu reduzieren, ist der finale Sieg über die Organisation noch nicht erzielt worden. Yaya Sinwar hat nicht kapituliert. 100 Geiseln weiter im Gazastreifen, nur noch etwa die Hälfte am Leben. Strategisch hat Israel den Krieg noch nicht gewonnen. Er scheint sogar noch weit davon entfernt zu sein. Sobald der israelische Druck endet, die Hamas wieder oberirdisch operieren kann, noch intakte Depots durch Hamas-Kämpfer im ganzen Gazastreifen genutzt werden können und der Waffenschmuckel wieder neu beginnt, kann die Hamas wieder erstarken. Wenn ein Waffenstillstand geschlossen wird, der nicht für eine fortlaufende Unterdrückung der Hamas im Gazastreifen sorgt, wird sie dort in absehbarer Zeit wieder ein gefährliches Potenzial aufbauen können. Ein Sieg über die Organisation, also eine praktische Auslöschung der Hamas im Gazastreifen, ist zwar theoretisch möglich, aber unwahrscheinlich. Grundsätzlich müsste der Streifen durch eine andere Kraft besetzt und kontrolliert werden, die der Bevölkerung gegenüber Regierungsaufgaben erfüllt, ohne als fremder Besatzer verstanden zu werden, gegen den man Widerstand leisten will. Israel kann dies realistischerweise nicht. Die Fatah wird, wenn sie auf dem Rücken israelischer Panzer in den Gazastreifen zurückkehrt, als Kollaborateur verstanden werden und hat zudem schon jetzt einen schlechten Ruf wegen ihrer umfassenden Korruption. Andere arabische Staaten werden die Verantwortung so wenig übernehmen wie westliche Staaten. Grundsätzlich müsste die neue Herrschaft im Gazastreifen ja die Hamas unterdrücken, ihre Strukturen und Mitglieder aktiv jagen und bekämpfen. Das würde zu Verlusten unter den Sicherheitskräften führen, während jeder Fehler, die Hamas von weiteren Angriffen auf Israel abzuhalten und sei es nur ein Angriff mit einigen Raketen, eine militärische israelische Reaktion erwarten ließe. Verluste der Ordnungskräfte durch israelische Waffen wären daher nur eine Frage der Zeit. Israel wird also die Hamas nicht vollständig auslöschen können. Eine Vertreibung der Araber aus dem Streifen steht nicht zur Debatte. Eine dauerhafte Besatzung des Gazastreifens wäre nicht nur militärisch teuer, es würde auch internationale Missstimmung garantieren. Israel muss also einen Weg finden, die Hamas von einem Widererstarken abzuhalten, während es sich gleichzeitig aus dem Gazastreifen zurückzieht. Eine an sich unmögliche Aufgabe. Um dennoch nach dem Anschlag vom 7. Oktober die Situation möglichst zu stabilisieren, geht Israel nun wohl dazu über, einen Kompromiss aus beiden Anforderungen zu schließen. Die Hamas zu 100% bis auf das letzte Mitglied im Gazastreifen auszulöschen, wird nicht erreicht werden, aber auch kein vollständiger Rückzug aus Gaza erfolgen. Israels Plan ist nun wohl, den Gazastreifen in leichter zu kontrollierende Sektionen zerschlagen zu wollen. Durch Aufteilung in eigene Sektionen wird die Hamas größte Probleme haben, zwischen den einzelnen Sektionen Verbindungslinien aufrechtzuerhalten, die einen Austausch von Personal und Material erlauben. Quer durch Gaza hat es den Nezarim-Korridor errichtet, eine inzwischen bis zu 4 Kilometer breite Schneise, in der Häuser entfernt und eine neue Straße gebaut wurde, die den Gazastreifen in zwei Stücke teilt. Auch der Philadelphia-Korridor an der Grenze des Gazastreifens zu Ägypten ist wieder unter Kontrolle der Israelis. Eine Straße wurde bereits gebaut. Dies gibt Israel wieder die volle Kontrolle über alle Außengrenzen des Gazastreifens. Zuvor hatten israelische Truppen große Tunnel entdeckt, die nach Ägypten führen. Teilweise waren die Tunnel groß genug, um sogar mit Autos durch sie fahren zu können. Dass eine solche Infrastruktur ohne Wissen der Ägypter möglich war, ist unwahrscheinlich. Israel wird also voraussichtlich im Philadelphia-Korridor bleiben und dort dauerhaft Stützpunkte unterhalten. Mit einer Kontrolle der Außengrenzen wird Israel den Schmuggel von neuen Waffen minimieren können, während es außerdem auch den Import von Gütern zur Produktion von Waffen im Streifen selbst wesentlich verringern wird. Von dem Philadelphia-Korridor aus kann Israel von oben Sensoren ins Erdreich einbringen, die den Bau neuer Tunnel erkennen und eine Zerstörung ermöglichen, noch bevor die Tunnel fertiggestellt werden. Mit seiner Unterteilung in verschiedene Sektoren durch den Nezarim-Korridor kann Israel das Gebiet leichter überwachen. Satellitenaufnahmen zeigen den Bau von militärischen Anlagen. Es kann permanent Drohnen zur Aufklärung betreiben, es kann auch Sensoren im nicht besetzten Gebiet am Boden installieren, da die eigenen Truppen immer nur wenige Minuten weit weg sein werden. Jedwede oberirdische Aktivität der Hamas kann damit genauso entdeckt werden wie auffällige Grabarbeiten, die auf neue Tunnel hindeuten. Benjamin Netanyahu hat bereits erklärt, Israel werde sich auch nach einem Waffenstillstand nicht mehr aus beiden Korridoren zurückziehen. Bislang unterhielt die Hamas militärische Trainingsgelände im Gazastreifen. Deren Existenz und Ort waren Israel natürlich bekannt. Zur Wahrung des Waffenstillstands verzichtete Israel allerdings auf Angriffe darauf, wie auch auf Angriffe auf Hamas-Paraden und Veranstaltungen im Gazastreifen. Nach dem 7. Oktober wird das in der Zukunft extrem unwahrscheinlich werden, dass Israel künftig wieder offener Hamas-Tätigkeit tatenlos zusieht. Sobald sich Hamas-Mitglieder offen zeigen, werden sie gejagt und bekämpft werden, was bei einem in kleine Sektoren zerschnittenen Gazastreifen durch stets nahe Truppen möglich ist. Selbst ohne diese Umstände wäre eine Wiederherstellung der Schlagkraft eine schwierige Aufgabe für die Hamas. Sie hat Jahrzehnte gebraucht, um ihre Stärke vor dem 7. Oktober zu erreichen. Mit zerstörten Depots, vielen tausend gefallenen, verlorener Infrastruktur und Kommandostrukturen wäre der Aufbau auch ohne laufenden Kontakt mit israelischen Streitkräften eine große Aufgabe. Wenn der Wiederaufbau allerdings unter permanentem Kontakt mit den IDF erfolgt, wird er zwar nicht unmöglich, aber ungleich schwerer. Ohne Trainingsgelände und zuverlässige Nachschubwege wird die Schlagkraft der Hamas sicherlich dauerhaft geschwächt bleiben. Mit seiner Unterteilung des Streifens und Stützpunkten auf den Korridoren können die IDF jederzeit Raids in das unbesetzte Gebiet unternehmen, um beispielsweise das beobachtete Verschwinden von Stahlträgern in einem Haus zu überprüfen, ob diese nun für eine Waffenfabrik oder Tunnelbau angeliefert werden. All das wird die militärischen Kapazitäten der Hamas spürbar unterdrücken und unterdrückt halten, die Organisation selbst aber weder besiegen noch automatisch von einer erneuten Kontrolle der Regierungsinstitutionen abhalten. Ohne alternative Regierung kann Israel keinen Waffenstillstand schließen, wenn es die Hamas weiterhin unterdrückt halten und eine Rückkehr an die Macht verhindern will. Eine alternative Regierung im Gazastreifen ist aktuell weiterhin unrealistisch. Der ständige Kleinkrieg hat dann das Potenzial, die israelischen Beziehungen zu verbündeten, befreundeten und neutralen Staaten dauerhaft zu schwächen. Israel müsste eine Lösung finden, den Gazastreifen zu befrieden, ohne dass es ihn militärisch kontrolliert. Die dafür nicht-extremistische Regierung im Streifen existiert nicht und ist aktuell schwer vorstellbar. Israel wird also womöglich den Streifen in einer Art Halbbesetzung halten, während sich die Bevölkerung dort durch ständige Überwachung und Checkpoints unterdrückt und von Widerstandsgruppen angezogen fühlt. Das alles wird nicht nur den Gazastreifen nicht zur Ruhe kommen lassen, sondern auch im Westjordanland der Mobilisierung von Extremisten dienen, was auch jetzt schon in den letzten zwölf Monaten sichtbar war. Wie lange Israel den Status der Unterteilung aufrechterhalten kann und wird, ist unklar. Es droht allerdings wieder ein einseitiger Rückzug aus dem Streifen ohne nachhaltige Lösung in einigen Jahren oder Jahrzehnten. Israel hat weiterhin keine politische Lösung in Aussicht. Es scheint sich zumindest aktuell daher auf eine militärische zu konzentrieren. Aber, wie schon von Klausewitz wusste, Krieg ist Politik mit anderen Mitteln. Das Militär mag gegen die Hamas notwendig sein, um sie zu besiegen und eine politische Lösung zu ermöglichen. Es kann sie aber nicht selbst erzeugen. Was halten Sie davon? Was glauben Sie, was Israels bestes Konzept wäre, um den Gazastreifen langfristig zu befriedigen? Schreiben Sie es in den Kommentarbereich und bleiben Sie bitte zivilisiert. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, freue ich mich über den Daumen hoch. Das hilft auch sehr mit dem Algorithmus. Wenn Sie neu hier sind, möchte ich Sie einladen, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu klicken, damit Sie künftige Videos nicht verpassen. Und wenn Sie Kanale unterstützen möchten, können Sie über die Mittel in der Beschreibung. Dort finden Sie auch die Links zu Schwesterkanälen und zu anderen Kanälen von mir. Das war es aber soweit von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis bald. An dieser Stelle auch mein herzliches Dankeschön an die ganzen Unterstützer über YouTube-Mitgliedschaften wie auch auf Patreon. Im Besonderen möchte ich mich bedanken bei dem Patreon-Oberstleutnant Frank Ziesemmer sowie bei dem Patreon-Leutnanten Andreas Donat, Badass-Lawyer Carsten Schulz, Dr. Knut Brandes, Gulaschnascher4000, Nippelzwicker, Not the Real Nippelzwicker, Sascha Horwart, Steffen Tequila42 und bei den YouTube-Leutnanten Henninglein Gingalein, der Schneckenmacher, Modern Kain und Anti-X. Vielen herzlichen Dank. Ohne Sie wäre das so nicht möglich. Einen K tranquillis. Vielen Dank.